So bekommen wir das Heldenschwert in Tears of the Kingdom. Für das Schwert müssen wir lediglich zum Daleth heien, beziehungsweise ziemlich genau an dieser Stelle auf der Map. Dort angekommen, können wir uns auch schon das Schwert aus der sich dort befindenden Truhe herausholen. Das Schwert selbst hat einen Basiswert von 17, kann jedoch nicht repariert werden. Allerdings können wir es, sobald es kaputt gegangen ist, an den Magierstatuen im Tausch gegen Ehrlichter erneut kaufen.